Guten Tag, willkommen in unserem Kino. Guten Abend. Könnten Sie mir sagen, welche Filme heute Abend laufen bitte? Ich konnte das Kinoprogramm im Internet leider nicht finden. Unser Kino wurde erst vor einer Woche eröffnet und an der Website wird noch gearbeitet. Welchen Film oder welchen Genre würden Sie denn gerne sehen? Nach einem anstrengenden Tag an der Uni schaue ich mir gerne Horrorfilme und Thriller an. Läuft derzeit sowas? Natürlich. Es sind gerade zwei amerikanische Thriller und ein sehr spannender japanischer Horrorfilm zu sehen.